Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. In diesen Wochen startet ein interessantes neues Private-Equity-Projekt. Der österreichische Unternehmer und Business Angel Alois Flatz startet zusammen mit dem Ex-CFO Christoph Hoffmann ein neues Private-Equity-Projekt für zentraleuropäische Start-Ups und Scale-Ups. Was sich dahinter verbirgt und wie genau die Strategie ist, das fragen wir den Initiator selbst. Herzlich willkommen, Alois Flatz. Guten Morgen. Sie haben Büros in München und Zürich eröffnet. Das erste Closing des Fonds ist bei 60 Millionen Euro schon erreicht worden. Insgesamt wollen Sie 150 Millionen Euro einsammeln. Der Fokus liegt, wie erwähnt, auf Scale-Ups. Wie sieht denn Ihre Investitionsstrategie genau aus und wer investiert bei Ihnen? Wir investieren in Scale-Ups, weil wir in Europa hier den großen Gap sehen, Financing Gap. Es ist einfach, oft für Start-Ups Geld zu bekommen in einer Start-Up-Phase, bei 100.000 von Business Angels oder CSA-Runde. Aber es wird oft schwierig, 10 Millionen Tickets plus zu bekommen. Und das ist genau die Größe, bei der wir einsetzen. Wir investieren in Firmen, die also einige Millionen Umsätze haben, die in einem Markt sehr erfolgreich sind, in weitere Märkte expandieren wollen. Wir begleiten diese Unternehmen, wir sehen uns sehr stark als Begleiter und investieren Tickets, sei es, von 10 Millionen plus. Wer investiert bei Ihnen in Ihrem Fonds? Wir haben Unternehmerinvestoren. Das ist auch ein bisschen historisch bedingt. Ich habe die letzten Jahre Business Central Investments gemacht und da kamen immer mehr Unternehmerinvestoren, die auch meistens an mehreren Unternehmen beteiligt sind, hinzu. Und mit denen habe ich jetzt sozusagen diesen Fonds losziert. Sie haben auch einen strategischen Fokus in Ihrem Fonds, nämlich Green Tech. Ihre Kernbranchen sind, habe ich hier in der Präsentation genommen, Industrial Tech, Logistik, Energie, Materialien und Food. Das sind jetzt fünf größere Sektoren. Wo sehen Sie denn die besten Chancen kurzfristig für Investitionen? Also kurzfristig sehen wir große Chancen in der Energietransformation. Wir sehen große Chancen aber auch in der Mobilität und auch im Manufacturing, in der Produktion. Hier ist Europa und insbesondere Deutschland sowieso führend. Noch in vielen Bereichen. Hier kommt die Digitalisierung dazu, führt zu weiterer Effizienz. Und hier sehen wir ganz große Chancen. Sie haben einen Vorteil, Sie sind Österreicher. Wir als Deutsche sind Kummer gewohnt, was das regulatorische Umfeld angeht. Da gab es ja neulich eine große Entscheidung, dass der Klimatransformationsfonds anders gestaltet werden muss und deutlich kleiner ausfallen muss. Dadurch gab es rückblickend sehr starke Änderungen in der Förderlandschaft und natürlich auch große Verunsicherung bei allen Unternehmen, Investoren, die davon abhängig waren. Hat dieses Hin und Her, speziell bei den deutschen Tech-Scale-Ups, das Investitionsklima deutlich verschlechtert? Sicherlich bei einigen, die eher abhängig sind von solchen Förderungen. Wir als Fondsinvestor, wir suchen uns Firmen aus, die weniger von solchen Förderungen abhängig sind. Diese Abhängigkeit der Förderungen hat sich oft als zwiespältig erwiesen. Auf der einen Seite sind sie natürlich wichtig als Kick-Off. Auf der anderen Seite, sie verändern sich oft. Das ist nicht das erste Mal, dass das geschieht. Das ist auch schon in der Photovoltaikindustrie erfolgt. Da gab es einen großen Einbruch. Wir sagen uns Hände weg von Firmen, die sehr stark von Förderungen abhängig sind. Regional, wo haben Sie im Moment so ein bisschen den Fokus drauf? Beziehungsweise in welchen Ländern haben Sie jetzt im Dealsourcing die besten Opportunitäten im Moment? In allen drei Ländern, in denen man Deutsch spricht, sind wir da eigentlich sehr stark unterwegs. Wir haben in Österreich so eine gemeinsame Firma, die in Österreich und Deutschland ist. Also die Kombination haben wir schon erreicht, da haben wir investiert. Das ist die Firma Hololight. Wir sehen uns jetzt aber auch firmenahen weiter in Deutschland, eine in Österreich und mehrere in der Schweiz. Alles klar. Sie investieren, wenn eine Firma die Marktreife erreicht, und dann haben Sie gesagt, so ungefähr 5 bis 10 Millionen Euro EK pro Deal und tendenziell Minderheitsbeteiligung. Jede Firma, die Sie kaufen, die sich erfolgreich entwickelt, wird irgendwann aus dem VC-Stadium über das Scale-Up-Stadium in das Reifestadium, in das eher Private-Equity-artige Stadium kommen. Was das für die Veränderung in der jeweiligen Firma bedeutet, wissen wir, können wir uns vorstellen. Mich würde aber interessieren, was das für den begleitenden Fonds bedeutet, wenn Sie mit einer VC-Brille oder einer Scale-Up-Brille in eine Firma investieren und dann entwickelt die sich über die Jahre zu einem Unternehmen, das eigentlich eine Buy-Out-Logik braucht. Wie bilden Sie das in Ihrem Management-Team ab? Alle drei Partner, wir haben sehr viel operative Erfahrung. Der Chris Hoffmann war zehn Jahre CEO vor uns, zwei Firmen, hat einen Börsengang erfolgreich durchgeführt. Ich war ein Firmen-CEO und unser dritter Partner, der Philipp Bolliger aus Zürich, der hat zwei Start-Ups aufgebaut, erfolgreich geexitet, also zu einer Größe, dass er sie exiten konnte, aufgebaut und dann bei den Käufern in beiden Fällen weitergearbeitet. Also wir kennen diese Phase dieser Transformation sehr, sehr gut. Wichtig ist für uns, wenn wir investieren, dass die Firmen schon einen Path to Profitability haben, dass es hier einen klaren Weg zur Profitabilität gibt, dass, wenn sie in einem Markt erfolgreich sind, dass die KPIs auch so sind, dass die Firmen wirklich auf Basis dieses KPIs gut skalieren können. Also das heißt, Deckungsbeiträge positiv sind und wenn sie einen Path to Profitability haben und den erreichen, dann sind sie dann sozusagen auch reif für Buy-out-Fonds. Jetzt stelle ich mir gedanklich recht reizvoll vor, da eine Exit-Kalkulation zu machen bei Ihren Investitionen, weil sie ja hohe Unsicherheit haben, wie sich die Firmen entwickeln werden in den nächsten 4, 5, 6 Jahren und es durchaus auch mal nach oben davonlaufen kann, was ja eine positive Entwicklung wäre. Was glauben Sie denn jetzt so, vielleicht illustrativ, wenn Sie in die Exit-Phase kommen in Ihrem Fonds in 4, 5, 6 Jahren, werden Sie tendenziell die meisten Portfolio-Unternehmen an Strategen verkaufen oder werden da viele Fälle dabei sein, die einen klassischen Private-Equity-Buyout-Fonds gehen könnten? Ich glaube, es werden mehr Firmen dabei sein, die einen Strategen gehen. Auch deswegen, weil wir uns auf B2B konzentrieren und hier ist es meistens oft schon so, dass in der Scale-Up-Phase diese Wachstumsfirmen Beziehungen zu Strategen aufbauen als Kunden und sich so oft schon natürlich sozusagen der Exit-Weg hervoreibnet und abzeichnen kann. Und das sehe ich wahrscheinlich schon, ich würde sagen, in zwei Drittel der Fällen als möglichen Exit. Und dann gibt es natürlich Firmen, wenn sie mal cashflow-positiv sind, dass sie auch für Bayer-Abfors interessant werden können. Und bei den Bayer-Abfors auch in deren Portfolio-Firmen, wenn sie eine Bayern-Bill-Strategie machen. Das ist ja noch zusätzlich eine Möglichkeit. Da sind sozusagen die Portfolio-Firmen der Bayer-Firmen oder der Bayer-Fors die Exit-Käufer. Jetzt gibt es bald wohl wirklich noch einen Berührungspunkt zur Private-Equity-Industrie. Wir wissen, dass relativ viele Private-Equity-Firmen überlegen, Impact-Fonds aufzulegen, die eher im Small-Cap- oder Scale-Up-Bereich anzusiedeln, auch weil die Target-Unternehmen noch nicht groß genug sind für große Fonds. Wann glauben Sie denn, dass Sie in Ihrem Investment-Universum im größeren Stil Impact-Fonds und etablierten Bayer-Fonds begegnen werden? Ich meine, erste Fonds gibt es ja schon und es gibt immer mehr. Ich bin in dem Bereich tätig seit 1996, also das sind jetzt fast 30 Jahre. Und ich habe das Gefühl grundsätzlich, dass das immer mehr zusammenwächst. Also dass dieser Teil, den man ESG oder Nachhaltigkeit nennt, dass es immer mehr Teil wird einer ganz normalen Analyse, eines ganz normalen Investitionsprozesses. Als ich 1998 den Dow Jones Sustainability Index entwickelt habe, so war das wirklich was Exotisches. Da haben wir ökologische, soziale, langfristige, ökonomische Kriterien analysiert und in einen Aktienanalyseprozess integriert. Heute sind diese Kriterien CO2-Emissionen oder die bei einer Automobilfirma, welche Antriebssysteme, alternativen Antriebssysteme entwickelt werden, gang und gäbe. Das schaut sich jeder Analyst heute an. Und so wird es auch in Zukunft bei Bayer-Fonds sein. Und ich glaube eher, dass es vielleicht weniger grüne Bayer-Fonds geben wird, weil das gar nicht mehr notwendig ist, weil es schon integriert ist. Interessante Perspektive. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen mitgebracht, mit der Bitte um die ganz kurze Antwort, die klassischen Finance-TV-Fragen. Die erste ist die Entweder-Oder-Frage. Fühlen Sie sich mit Ihrer Herangehensweise eher als Private Equity oder eher als Venture Capital Investor? Eher auf der Private Equity-Seite. Die zweite Frage bitte nur ein Wort als Antwort. In welchem europäischen Land entwickelt sich gerade die interessanteste Landschaft an erfolgreichen Scale-Up-Unternehmen? Schweiz. In welcher grünen Technologie hat Europa weltweit die Nase vorn? Holzbau. Holzbau. Genau, das muss ich auch sagen als Österreicher. Das ist eine Antwort, die ich echt nicht erwartet habe. Warum Holzbau? Weil Holz als Material viele Vorteile gegenüber Stahl-Zementbau hat, gerade auf der CO2-Seite, trotzdem sehr stabil ist. Und ich glaube, wir werden noch viel mehr davon sehen. Danke Ihnen, Herr Flatz, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben, uns ein bisschen was über Ihr Projekt, über Ihren Markt erzählt haben. Das war es heute bei Finance-TV. Nächste Woche haben wir ein ähnliches Thema. Da haben wir nämlich jemanden hier, der einen Artikel 9-konformen Buy-Out-Fonds lanciert und zwar einen, der explizit in graue Unternehmen investiert, um die auf der grünen Transformation zu begleiten. Argos Mitju wird das sein. Der Partner Fabian Söfke, was er uns zu seinem Projekt erzählen hat und wo vielleicht die Unterschiede zu dem von Alois Flatz sind, das erfahren Sie hier nächste Woche bei Finance-TV. Bleiben Sie uns gewogen und bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön. Danke.